auch bei den vorlesen folien gleich von anfang an hier beispielsweise auf dieser folie haben wir einen roboter über den konstruktor gleich initialisiert das heißt die attribute des roboters mit denen wir uns immer befassen sind mit initialen werten gleich belegt worden wir haben uns auch angeschaut was das ganze im computerspeicher besagt also wie wir uns das vorstellen können ein objekt einer klasse können wir uns im prinzip vorstellen als die summe der attribute das heißt also wenn ein objekt wenn speicherplatz für ein objekt im laufzeitsystem reserviert wird dann wird dafür gesorgt dass dieser speicherplatz groß genug ist damit alle attribute aufeinander folgen ohne sich zu überlappen jeweils einen eigenen speicherplatz in dem gesamte objekt bekommen es ist nicht völlig falsch nicht ganz richtig aber auch nicht völlig falsch zu sagen ein objekt ist die summe der attribute in jedem einzelnen objekt einer klasse das gilt nicht nur für robot sondern auch für alle anderen klassen es verhält es sich so dass die attribute immer an denselben positionen sind das heißt also in jedem objekt kann man darauf vertrauen dass das attribut x beispielsweise immer an derselben position ist das heißt immer dieselbe differenz zur anfangsadresse hat wir sagen auch immer denselben offset zur anfangsadresse hat wir haben auch gesehen wie man attribute definiert zum beispiel hier klasse unsere nachimplementation der klasse robot wir haben auch gesehen dass es sinnvoll ist in der regel sinnvoll ist attribute private zu deklarieren weil das problem besteht dass wenn nutzer einer klasse von außerhalb der klasse direkt auf die attribute zugreifen können dass da häufig fehler gemacht werden können und das kann man verhindern indem man die attribute private setzt und nur indirekt über die methoden der klasse zum beispiel move und turn left die möglichkeit gibt von außen her die attribute zu verändern wenn solche methoden wie move und turn left korrekt implementiert sind dann kann da kein fehler mehr passieren so wenn wir jetzt aber mal zur illustration tatsächlich mal die attribute public deklarieren dann können wir auf relativ einfache art und weise ohne verkünstelung sehen wie das aussieht wenn wir auf attributwerte zugreifen ob für das objekt auf das die referenz a verweist sieht das so aus ähnlich wie bei methoden referenznahme punkt und dann der name des attributs und sie sehen hier wie bei jeder anderen variabel kann man einfach durch zuweisung dann den wert der da drin steht überschreiben man kann nicht nur schreibend auf der linken seite der zuweisung sondern auch lesend darauf zugreifen zum beispiel hier wird der wert dieser speicherstelle hier ausgelesen irgendwo hin kopiert im speicher dort wird dann eine 1 drauf addiert und dieser wert der dabei herauskommt wird dann wieder durch die zuweisung in diese speicherstelle zurück kopiert wenn die typen zusammenpassen und das tun sie ja bei int und double dann kann man beispielsweise auch den wert eines attributs herauslesen und dann in die das ein anderes attribut von kompatiblem typ dann hinein kopieren auf dieser folie sehen sie den wichtigen punkt wenn das wir zwar von einem attribut einer klasse immer reden aber dieses attribut taucht in jedem einzelnen objekt dieser klasse wieder auf und zwar als völlig unabhängige stücke speicherplatz die nicht in beziehung zueinander stehen die einfach nur immer mit dem selben namen klein d angesprochen werden in diesem beispiel aber zum beispiel hier eben mit auch mit unterschiedlichen referenzen a und b so dass wir also beispielsweise hier zwei verschiedene werte in diese beiden speicherplätze mit namen klein d hinein schreiben können und das hat überhaupt nichts miteinander zu tun diese beiden speicherplätze sind völlig unterschiedlich und wenn wir später bei einem von den beiden beispielsweise den wert wieder überschreiben dann wird sich beim anderen überhaupt nichts ändern denn die beiden haben nichts miteinander zu tun sie haben nur namensgleichheit klein d was wir aber natürlich auch machen könnten beispielsweise ist uns von einem dieser beiden objekte den wert in einem attribut herzunehmen herauszulesen und dann per zuweisung das selbe attribut in einem anderen objekt dann zu überschreiben so was ist natürlich möglich diese situation haben wir so noch nicht gesehen hier verhält es sich etwas anders da müssen wir genau drauf schauen wir haben jetzt nur noch ein objekt hier und durch diese zuweisung in der zweiten zeile rechts haben wir hinbekommen dass dieses bild tatsächlich so aussieht dass also in a und in b der selbe inhalt steht nämlich dieselbe adresse des selben objektes weil wir ja nur dieses eine objekt hier oben in der ersten zeile eingerichtet haben jetzt verhält sich die situation anders wenn ich jetzt zum beispiel das attribut klein d über die referenz a anspreche oder über die referenz b anspreche dann ist das jeweils dieselbe speicherstelle und wenn ich sie hier beispielsweise über die referenz a überschreibe dann wird wenn ich da wenn ich sie da auch dann lesen darauf zugreife über die referenz b dann wird dieser überschreibende wert dann dort eben auch zu stehen sein weil es eben dieselbe speicherstelle ist attribute von referenz typen sind etwas komplizierter bis jetzt haben wir in diesem video attribute von primitiven datentypen gesehen hier ein kleines beispiel wir haben eine klasse groß x die uns nicht weiter interessiert wie die aufgebaut ist diesen die not illustration und worauf hinaus wollen ist dass wir hier eine klasse groß y haben die ein attribut von klasse groß x hat und das ist eine referenz einfach das heißt einfach dieses attribut in einem objekt der klasse groß y ist enthält nichts anderes als eine adresse eines objektes von typ groß x oder den symbolischen wert nah zum andeuten dass eben keine adresse eines objekts enthält so wenn wir jetzt ein objekt von klasse groß y einrichten das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt dann wird diese referenz klein b in diesem objekt von groß y initialisiert und zwar mit dem symbolischen wert nahe der eben anzeigt dass diese referenz klein b auf kein objekt von typ groß x verweist wenn wir das wollen dann müssen wir eben mit zuweisung die adresse eines objektes zum beispiel eines neu eingerichteten objektes wir können hier stattdessen auch ein schon vorher eingerichtetes objekt hinschreiben wird die für diesen muss diese adresse dann in die referenz klein b hinein kopiert werden hier hier sehen sie unten nochmal dieselben zwei zeilen und hier oben das bild wie sich das vorstellen können wir haben also in der ersten zeile eine referenz klein a eingerichtet mit einem objekt vom typ groß y hatte zu hat zunächst einmal in der referenz in dem attribut b noch den symbolischen wert nahe aber durch die zweite zeile wird ein neues objekt von klasse groß x eingerichtet und die adresse wird dann in dem objekt von groß y was wir in der ersten zeile eingerichtet haben in der referenz klein b dann entsprechend gespeichert so dass sich dieses gesamtbild ergibt hier nochmal zurück zu dem bild das wir vor ein paar folien hatten zwei referenzen verweisen auf dasselbe objekt wir müssen jetzt begrifflichkeiten klären und die konsequenzen für skopieren von objekten in andere objekte hier erstmal die begrifflichkeit in dieser situation die wir hier oben sehen und hier unten sehen sie nochmal den code der zu dieser situation hier oben geführt hat in dieser situation sprechen wir von objekt identität a und b verweisen jeweils auf ein objekt aber diese beiden objekte sind identisch es ist eigentlich nur ein objekt deshalb objekt identität im gegensatz dazu reden wir in dieser situation von wert gleichheit ja es ist eine sehr ähnliche situation aber wenn man es genau betrachtet fundamental unterschiedlich und es ist wichtig das auseinander zu halten sie kennen das vielleicht aus dem deutsch unterricht oder anderswo her der unterschied zwischen dasselbe und das gleiche eben hatten wir dasselbe objekt jetzt haben wir zwei gleiche zwei wertgleiche objekte nämlich hier sehen sie die beiden objekte die hier eingerichtet worden sind und hier sorgen wir dafür dass die attributwerte dieselben sind in beiden objekten dann reden wir von wertgleichheit so weit so gut das problem taucht auf wenn wir wieder attribute von referenztypen haben so wie hier diese klasse groß x ist das noch nicht aber groß y hat ein attribut von referenztypen klasse groß z hat sogar zwei attribute von referenztypen und der eine davon groß y hat wiederum selber ein attribut von referenztypen wenn wir jetzt ein objekt von groß z kopieren wollen dann ist in den allermeisten anwendungen die einzig sinnvolle möglichkeit dass es wirklich hundertprozentig kopiert wird das heißt also dass das endergebnis die kopie mit dem original wirklich physisch im speicherplatz nichts miteinander zu tun hat so dass also beide objekte das original und die kopie sozusagen nebeneinander koexistieren können und wenn wir an dem einen irgendwas rumbasteln dann hat das für das andere überhaupt keine konsequenzen das ändert sich dadurch nicht das ist für die elemente die attribute vom primitiven datentyp ist kein problem so was öfters mal gesehen aber wir müssen dafür sorgen dass auch bei den bei den referenzen als attributen tatsächlich alles kopiert wird und das sehen sie hier in der mittleren spalte sehen sie den code mit dem erstmal ein objekt von klasse groß z eingerichtet wird mit allem drum und dran das heißt mit einem objekt hier für klein x und einem weiteren objekt für klein y und klein y diese dieses objekt hier von klasse groß y enthält wiederum eine referenz klein x dafür dann auch ein objekt und alle werte die dann vorkommen von primitiven datentypen alle attribute von primitiven datentypen dann mit irgendwelchen werten initialisiert hier sehen sie jetzt diese tiefe kopie von der ich gesprochen habe dass wirklich alles so weit kopiert wird dass es keinen zusammenhang mehr gibt zwischen dem original objekt mit allen daran hängenden weiteren objekten und dem kopierten objekt ebenfalls mit allen daran hängenden objekten deshalb müssen wir auch hier jeweils für alle diese objekte für alle diese attribute von referenz typen jeweils ein objekt einrichten und müssen dann entsprechend bei den primitiven datentypen alles kopieren erst wenn wir das so kompliziert machen wie hier so umfangreich so systematisch und 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 konsequent machen wie hier erst dann haben wir eine tiefe kopie so dass wirklich diese beiden objekte auf nichts mehr miteinander zu tun haben egal was wir mit einem der beiden objekte machen es wird das andere nicht mehr berühren so jetzt wird langsam zeit dass wir uns noch mal überlegen wie war das mit der namensgebung mit identifiern für attribute erst mal wissen wir ja was die generellen regeln sind damit ein damit wie wir überhaupt identifier bilden können damit sie durch den compiler durchgehen damit nicht gleich die übersetzung mit fehlermeldung abgebrochen wird nämlich dass sie kleinen großbuchstaben ziffern und diese beiden sonderzeichen verwenden können mehr nicht und dass das erste zeichen noch keine ziffer sein darf um keine missverständnisse mit mit zahlenwerten irgendwie zu provozieren und auch alles was reservierte wörter sind haben wir auch schon gesehen darf nicht als identifier verwendet werden aber wir haben groß und kleinschreibung das heißt wenn dieses wort reserviert ist und dafür nicht verwendet werden darf also weil sie ein schlüsselwort ist weil sämtliche verfremdung dieses wortes dürfen weiterhin verwendet werden auch wenn sie sich nur in groß und kleinschreibung unterscheiden neben den regeln die vom compiler wirklich forciert werden wo sie also nicht drumherum kommen gibt es aber konventionen von identifiern das hatten wir schon jetzt hier konkret die konventionen noch mal für attribute ähnlich wie bei variablen parametern und so weiter und auch methoden wichtigste konvention erst einmal dass der erste buchstabe klein geschrieben wird alle weiteren buchstaben auch klein außer wortanfänge im inneren die werden auch bei attributen groß geschrieben so wie sie es von methoden und anderswoher schon her kennen gesehen haben hier nochmal im überblick wie das aussieht erster buchstabe klein bei unter anderem attributen und jeder wortanfang innerhalb eines identifiers entsprechend groß eine ausnahme sind konstanten also mit final gebildete attribute variablen und so weiter die werden nach konvention immer groß geschrieben und zwar alle buchstaben groß so jetzt sehen wir hier ein beispiel dafür warum es wichtig ist attribute als private zu deklarieren und den nutzern einer klasse von außerhalb der klasse nicht die möglichkeit zu geben direkt auf die attribute zuzugreifen denn hier haben wir ein schönes beispiel dafür dass diese attribute die nach außen hin dem nutzer der der klasse vorgespiegelt werden gar nicht unbedingt existieren müssen wir haben hier eine klasse circle also zur darstellung von kreisen mit mittelpunkt und radius und wir wollen natürlich dem nutzer der klasse circle vorspiegeln dass das es da tatsächlich ein mittelpunkt gibt mit x und y koordinate wo wir mit get center x koordinate set center x koordinate diese koordinaten des mittelpunktes des kreises eben herauslesen und überschreiben können aber in der basisklasse geom shape 2d haben wir schon ein referenzpunkt für jedes grafische objekt definiert das wird vererbt an klasse circle ist protected deklariert kann daher in abgeleiteten klassen verwendet werden kann kann darauf lesen und schreiben zugegriffen werden und genau das machen wir hier was war dieser referenzpunkt das ist allgemeine konvention in eigentlich allen modernen grafikprogramm soweit ich das überblicken kann jedes geometrische objekt kreise rechtecke strecken text textfelder was auch immer hat als referenzpunkt die obere linke ecke des einschließenden des kleinsten umfassenden rechtecks und dieses kleinst umfassende rechteck die obere linke ecke unterscheidet sich von dem mittelpunkt nur um den betrag radius in beiden richtungen in x und y richtung das heißt also wenn wir wenn wir die x koordinate vom mittelpunkt dem nutzer herausgeben wollen wir speichern gar nicht diese koordinate sondern wir haben ja sowieso von geom shape 2d die position x und y vom referenzpunkt und brauchen da nur den radius drauf zu setzen und spiegeln damit dem nutzer der klasse circle vor hier wir haben hier den mittelpunkt zurück zu geben und das passt natürlich auch es ist der korrekte wert des mathematischen mittelpunkts dieses dieses kreises und genauso wenn wir den mittelpunkt setzen hier kann der nutzer angeben setzte die x koordinate des mittelpunkts auf diesen neuen parameter wert dann setzen wir nicht den mittelpunkt als attribut denn den mittelpunkt das attribut haben wir gar nicht den haben haben wir uns eingespart sondern wir setzen entsprechend den wert der der linken oberen ecke des umschließenden rechtecks also den den referenzpunkt und denn wenn wir zum beispiel den referenzpunkt irgendwo hinsetzen auf eine bestimmte koordinate dann ist weiterhin der mittelpunkt mathematisch der abstand zum radius ja also wenn wir hier an dieser stelle dem nutzer der klasse circle von außen her von außerhalb der klasse circle her die möglichkeit geben könnten geben würden die position direkt selber zu setzen ist die wahrscheinlichkeit sehr groß dass da fehler passieren und das dann plötzlich alles irgendwie inkonsistent ist so wie wir das jetzt gemacht haben dass die ganze da realisierung des mittelpunktes eingekapselt ist und nur durch die mit methoden wie get center x und set center x nach außen hin vorgespiegelt werden da müssen nur die methoden der klasse circle korrekt implementiert sein und dann kann nichts mehr passieren so wir haben noch einen punkt ausgelassen alles was wir bisher an attributen gesehen haben werden wir in zukunft etwas präzise objektattribute sehen der name leitet sich daher ab dass das dieses attribut wie wir bisher gesehen haben in jedem einzelnen objekt jeweils einmal vorkommt es gibt aber auch die möglichkeit klassenattribute zu definieren das ist in der notation ganz einfach sie müssen nur an dieser stelle hier static schreiben und dann sehen sie den unterschied i ist nicht mehr in jedem objekt einmal vorkommt sondern das laufzeit system packt an irgendeiner speicherstelle im computerspeicher jetzt einmal die speicherstelle i hin und das ist jetzt die speicherstelle i dieses klassenattribut deshalb klassenattribut weil es nur einmal pro klasse ein nur einmal für diese klasse vorkommt während objektattribute eben pro objekt vorkommen das hat natürlich konsequenzen wenn jetzt das i nur einmal vorkommt dann hat es die konsequenz wenn wir mit unterschiedlichen referenzen auf dieses attribut i zugreifen dass das jeweils dieselbe speicherstelle ist das heißt wenn wir sie einmal überschrieben haben hier mit dem wert 123 und danach mit einer anderen referenz darauf zugreifen dann kommt eben die 123 raus hat auch zur konsequenz zur durchaus beabsichtigten konsequenz dass die entwickler von java gesagt haben okay wenn dieses i dieses attribut nur einmal für die ganze klasse vorkommt dann gibt es überhaupt keinen grund dass wir erzwingen dass man dieses attribut wie objektattribute mit einer referenz ansprechen muss ja objektattribute muss man natürlich immer mit einer referenz ansprechen denn es es muss durch diese referenz ja klar sein welches objekt gemeint ist in welchem objekt wir dieses attribut ansprechen wollen aber bei klassenattributen ist es anders da brauchen wir diese referenz nicht sondern wir können einfach den klassennamen punkt attribut namen hinschreiben das wird uns von java erlaubt und das macht es einfach in viel einfacher in vielen verschiedenen situationen die sie auch in der java standard bibliothek beispielsweise wie hier finden sie finden dort unter anderem unter vielem anderen eine klasse math das ist vor allem eine sammlung von vielen vielen mathematischen funktionen in form von methoden der klasse math zum beispiel sinus cosinus logarithmus und so weiter sie finden aber auch zwei konstanten da drin die kreiszahl pi und die ollersche zahl e ja wir haben eben die konventionen gesehen konstanten nur mit großbuchstaben wurde hier eingehalten final konstanten und static das heißt wird nur einmal für die ganze klasse eingerichtet wozu auch ja ich meine in jedem wenn man das als eine objektvariable machen als ein objektattribut machen würde in jedem würde ja derselbe wert stehen 3.14 beziehungsweise 2.71 wozu das ganze es reicht doch das einmal abzuspeichern und das kann man eben mit static als klassenattribut machen und das erlaubt es eben dass das wir einfach math.p oder math.e schreiben anstatt da erst eine referenz von der klasse math einzurichten und darüber das erst anzusprechen beziehungsweise noch einen schritt weiter wenn wir wie wir schon anderswo in den vorlagen gesehen haben beziehungsweise wir haben es auch gesehen bei der einrichtung von mydirection bei der nachimplementation von direction wenn wir mit import static das so schreiben dann können wir einfach p ohne math.p nur als p hier hinschreiben und das ist dann ausreichend dass der compiler bei der übersetzung weiß aha hier ist dieses math.p gemeint das setze ich da mal ein die 3.14 hier nochmal der überblick diese verschiedenen möglichkeiten zweimal als variabel zweimal als konstante so kennen wir das bisher objektattribute die variabel sind oder als konstanten müssen gleich initialisiert werden weil sie ja später nicht mehr überschrieben werden dürfen jetzt haben wir gesehen klassenvariable also attribute die variabel gehalten sind klassenattribute und auch als konstanten und nochmal hier auch in diesem kleinen übersichtsbeispiel die konvention eingehalten kleinbuchstaben oder anfangs erster buchstabe ein kleinbuchstabe eigentlich bei attributen und bei allem was konstant ist alles gebildet aus großbuchstaben und damit ist dieses video zu ende das ist ja ganz schön ein in 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 Vielen Dank.